Wenn es um Gesundheit geht, dann gibt es ja zwei Gruppen von Menschen. Die einen sagen, was von alleine kommt, das geht auch von alleine wieder weg. Und die anderen sagen, ja, lieber einmal öfter zum Arzt, als einmal zu wenig. Und ganz ehrlich, wenn es um die ganz normalen Infekte geht, die wir alle schon kennen und schon etliche Male erlebt haben, dann gehöre ich sogar zur Erstgruppe. Was von alleine kommt, das geht von alleine auch wieder weg. Oder wie man so schön sagt, ein Schnupfen ist kein Beinbruch. Der kommt von alleine, der nervt und ärgert uns ein bisschen und dann geht er in der Regel auch wieder weg. Also, ich sage mal so, kein Grund zur Panik. Aber wenn es sich nicht gerade um einen Schnupfen handelt, den wir alle schon x-mal erlebt haben, dann gehöre ich persönlich doch eher zu der Sorte Mensch, die sagt, ja, doch mal lieber zum Arzt oder zur Herze, als einmal zu wenig, lieber einmal zu oft. Also, das schon mal vorweg. Egal, um welches Symptom es sich handelt, wann immer du das Gefühl hast, dass es dir oder einem dir nahestehenden Menschen nicht gut geht, mach bitte einen Termin in der Arztpraxis aus. Und ja, es kann sein, dass sich deine Symptome als nicht schlimm herausstellen oder als nicht bedrohlich oder nicht ernst. Und weißt du was, das ist auch gar kein Grund, sich dann irgendwie blöd zu fühlen oder sogar zu schämen. Das ist dann ein Grund zur Freude. Und vor allem viel besser, als wenn der Arzt oder die Ärztin sagt, uh, wären sie da mal früher gekommen. So, und genau darüber wollen wir heute sprechen. Also, bei welchen Symptomen sollte man unbedingt zum Doc gehen und wieso? So, fangen wir mal ganz einfach an bei Schmerzen. Wenn du Schmerzen hast, die du dir nicht erklären kannst, egal wo, dann vereinbare bitte umgehend einen Termin bei deinem Arzt oder deiner Ärztin. Das gilt auch, wenn du glaubst, sie erklären zu können, aber wenn sie viel, viel heftiger auftreten als sonst oder als früher schon mal. Ein gutes Beispiel sind Bauchschmerzen. Wir haben alle irgendwie mal Bauchschmerzen. Also, zum Beispiel nach üppigem, fettigem Essen, kenne ich das ja gut, nach zu viel Naschkram oder wenn die Menstruation, also die Monatsblutung einsetzt. Wenn du dir die Bauchweh erklären kannst, gut, dann beobachtest du die Schmerzen erstmal und schaust dann, ob sie schlimmer werden oder wieder weggehen. Wenn du aber immer wieder unter Bauchschmerzen leidest, vielleicht auch ohne, dass du dir das erklären kannst, oder wenn sie plötzlich richtig, richtig doll sind, viel doller als sonst, dann bedeutet das ab zum Doc und am besten sofort. Und bei richtig starken Schmerzen, bitte ab in die Notaufnahme. Denn bleiben wir beim Beispiel Bauchschmerzen, hinter diesem Symptom, also diesen beschwerden Bauchschmerzen, kann zum Beispiel eine Blinddarmentzündung stecken. Sie beginnt mit normalen Bauchschmerzen ganz gerne mal, die dann aber immer schlimmer werden. Darum, wenn du Schmerzen hast, bitte nicht zögern, ab zum Doc. So, machen wir mal weiter mit einem Symptom, über das sich der ein oder andere vielleicht schon sogar im ersten Moment freut. Das ist ein unerklärlicher Gewichtsverlust. Bedeutet, wenn du bemerkst, dass du abnimmst, obwohl du normal isst, also wie immer. Oder wenn du sogar sagst, Mensch, ich habe doch eigentlich ziemlich ungesund gegessen in der letzten Zeit. Wieso habe ich denn fünf Kilo abgenommen? Das ist dann wirklich wichtig, dass du dich untersuchen lässt. Keine Sorge, für diesen Gewichtsverlust kann es wirklich viele Gründe geben. Viel Stress oder mehr Sport. Aber es können eben auch Erkrankungen dahinter stecken. Und ein unerklärlicher Gewichtsverlust ist zum Beispiel ein Symptom bei einer Krebserkrankung. Oft auch in Verbindung mit Appetitlosigkeit und Erschöpfung. Darum sage ich immer, lieber einmal klären lassen. Und dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten Punkt. Erschöpfung. Nee, keine Sorge. Wenn du einen langen Tag hattest, fix und foxy auf der Couch liegst und deine Augen immer wieder zufallen, kenne ich auch, bist du natürlich noch kein Fall für Onkel oder Tante Doktor. Aber wenn du über ein paar Tage oder Wochen merkst, dass du dich dauerhaft schlapp und müde fühlst, dann sollte das definitiv abgeklärt werden. Es könnte zum Beispiel sein, dass du gerade auf direktem Weg ein Burnout schlitterst. Auch Depressionen können sich auf diese Weise zeigen, genau wie andere Erkrankungen, zum Beispiel das Chronic Fatigue Syndrom, auch bekannt als chronisches Erschöpfungs- oder Müdigkeitssyndrom oder eine Schilddrüsenunterfunktion. Also wenn Ausschlafen und Ausruhen nicht zu einer Besserung führt, dann ab zum Dock. So, und damit haben wir das nächste Thema eigentlich auch schon am Wickel. Wenn du nicht nur über einen längeren Zeitraum sehr, sehr müde und erschöpft bist, sondern auch noch weitere Symptome dazukommen, wie zum Beispiel das Gefühl, dass dir nichts mehr so richtig Freude macht oder wenn du dich niedergeschlagen, traurig, überfordert oder hoffnungslos fühlst und du dich nicht mehr so gut konzentrieren kannst, dann könnte es sein, dass eine Depression dahinter steckt. Und es ist wichtig, dass du damit zu einem Arzt oder einer Ärztin gehst, damit du damit nicht alleine bist. Depressionen gehen nämlich in der Regel nicht von alleine wieder weg. Also auf zum Arzt oder zur Ärztin. Weiter geht's. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Also wenn du das Gefühl hast, dass untenrum, ja, also hier so in der Gegend etwas anders ist als sonst, dann ist auch das ein guter Grund, einen Termin in der Praxis deines Vertrauens zu machen. Damit meine ich zum Beispiel deine Verdauung, wenn sich deine großen und kleinen Geschäfte in puncto Form, Farbe, Konsistenz oder Geruch merklich verändern und das über mehrere Tage, dann ist das ein guter Grund, aufmerksam zu werden. Das ist nämlich immer ein Zeichen dafür, dass in deinem Darm da was anders läuft. Vielleicht auch nicht ganz nach Plan. Und das muss überhaupt nicht schlimm sein. Aber um das abzuklären, solltest du vielleicht doch schon mal einen Arzt oder eine Ärztin draufschauen lassen und drüber reden. Und wo wir gerade schon bei untenrum sind. Wenn du Veränderungen an deiner Vulva, an deinem Penis, den Hoden oder drumherum entdeckst oder wenn Sekrete oder Blutungen austreten, die ungewöhnlich sind, nicht lange überlegen und das abklären lassen. Das gilt übrigens auch, wenn die Haut juckt, brennt, gerötet ist, sich schält, ausschlagbildet, anschwillt oder wenn sie wehtut. Also quasi da in dem Bereich oder auch irgendwo sonst im Körper. Unerklärliche Hautirritationen, egal wo, sind auch immer ein Grund, einmal den Arzt aufzusuchen. Aber ist ja klar, wenn dich eine Mücke gestochen hat und wenn es wirklich super unangenehm juckt, dann ist das ja nicht unbedingt ein Fall für die Notaufnahme. Und ich betone das aus Gründen, also das ist schon vorgekommen. Das ist kein Scherz. Und natürlich gehst du auch zu einem Arzt oder einer Ärztin, wenn sich ein Körperteil mehr oder weniger verabschiedet. Also Finger abarmgebrochen oder fies geprellt oder natürlich auch, wenn aus irgendeiner Öffnung quasi Blut spritzt, das da eigentlich nicht rausspritzen sollt. Ja, das passiert ja manchmal schneller als gedacht. Nicht wahr? Ich sage nur Gemüse schneiden. So, und nun kommen wir noch, jetzt kommen noch zwei Symptomgruppen, die wichtig sind, die du ebenfalls unbedingt auf dem Zettel haben solltest. Nicht nur bei dir, sondern auch bei deinen Mitmenschen. Wenn du oder eine andere Person plötzlich Probleme hat zu sehen, zu sprechen oder sich zu bewegen, dann sollten sofort die Alarmglocken angehen. Es könnte auch sein, dass dazu zum Beispiel noch Taubheit, Lähmungserscheinungen oder auch heftige Kopfschmerzen auftreten. Das sind alles Anzeichen für einen Schlaganfall. Also Notfall. Und ja, auch wenn man den eher bei älteren Menschen verortet, auch junge Menschen können einen Schlaganfall bekommen. Also, wenn du glaubst, die Symptome erkannt zu haben, dann unbedingt die 112 anrufen. Und das gilt auch, wenn sich die Symptome nur kurz zeigen und dann wieder zurückbilden. Bitte trotzdem sofort ins Krankenhaus fahren und das natürlich nicht selbst. Das ist hoffentlich klar. Und weil wir schon bei den Symptomen sind, bei denen du dringend die 112 anrufen solltest, das gilt auch bei diesen Anzeichen. Wenn du krasse Schmerzen und ein starkes Druckgefühl im Brustbereich hast, auch beschrieben als enge Gefühl, als würde so ein Elefant auf deiner Brust sitzen, dann könnte das zum Beispiel ein Hinweis für einen Herzinfarkt sein. Die Schmerzen strahlen häufig, nicht immer, kann aber sein, in den linken Arm aus, manchmal in beide, manchmal in den Hals, manchmal in den Kiefer, manchmal in die Schulterblätter oder zwischen die Schulterblätter, in den Nacken. Dazu kann dann noch so ein Angstschweiß kommen, so ein richtig klatschnasser, kalter Angstschweiß. Beklemmungsgefühle, blasse Haut, Schwindel, Schwäche, Bewusstlosigkeit. Da rufst du auch bitte sofort die 112. Also Rettungswagen anfordern, idealerweise genau beschreiben, was da los ist, damit auch der Notarzt gleich mit dabei ist. Und im Notfall Wiederbelebungsmaßnahmen starten. Auch das ist etwas, was man durchaus machen sollte. Bei Frauen kann sich ein Herzinfarkt übrigens genauso äußern, wie ich es gerade beschrieben habe, aber gern auch ein bisschen, wie sagt man, subtiler. Das heißt, Sie haben dann zum Beispiel auch Schmerzen im Brustraum, klagen aber dann über untypische Beschwerden, also untypische Symptome wie Kurzatmigkeit, vielleicht so eine Übelkeit, ein bisschen unbestimmt, vielleicht auch mal Erbrechen, Beschwerden im Oberbauch, so Rückenschmerzen, vielleicht auch so ein bisschen Nackenschmerzen oder dass es so ein Kiefer und Hals ausstrahlt, aber eben nicht dieses typische Also das kann sich sehr, 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 sehr unterschiedlich alles zeigen. Deswegen diese Symptome, diese Beschwerden bitte nicht unter den Teppich kehren. Und wie schon gesagt, lieber einmal zu oft zum Arzt als einmal zu wenig. Und wenn du dir unsicher bist, erstmal den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116117 anrufen. Die Kolleginnen und Kollegen helfen dir bei der Entscheidung, welcher Arzt oder welche Ärztin jetzt die richtige ist und schicken im Fall der Fälle auch den Rettungsdienst los zu dir. Und für alle anderen Arztbesuche kann ich dir nur den TK-Ärzteführer empfehlen. Hier findest du Fachärzte und Allgemeinmediziner in deiner Nähe und kannst in einer Suchmaske sogar bestimmte Kriterien angeben. Bevor du also irgendwelche Symptome im Internet suchst, buch dir doch lieber einen Termin über den TK-Doc sozusagen. Termin-Doc-TK. Also da. Warte mal, wo wollte ich hin? Wo? 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 Untertitelung. BR 2018